Sie hören Nachtschicht. Ein Hörbuch geschrieben von Kerem Malé. Gelesen von David K. Soler. Der Abend zog sich immer mehr in die Länge, ohne dass sich ein Ende abzeichnen wollte. Ständig kamen neue Anträge herein, die bearbeitet werden mussten. Seit er die Spätschicht dauerhaft übernommen hatte, war es noch nie so heiß gewesen. Die Klimaanlage war schon seit einer Woche defekt und er hatte ein paar Mal überlegt, den Elektriker auf eigene Faust zu bestellen. Aber während er arbeitete, genossen die Elektriker der Stadt bereits ihre kühlen Feierabendbiere. Also hämmerten seine Wurstfinger weiter auf die Tastatur, während er sich im Großraumbüro, wo sich die Luft wie in einem Backofen staute, wie ein Grillhähnchen fühlte. Dass er den obersten Himdknopf heute offen trug, beugte einem schleichenden Erstickungstod vor, sorgte aber gleichzeitig dafür, dass er sich in seinem voluminösen Leib noch unwohler und irgendwie aufgequollen vorkam. Ja, aufgequollen war die treffende Bezeichnung, fand er. Er lockerte den Kragen noch ein wenig und verschaffte sich so etwas Erleichterung. Denn unter den Achseln und auf seinem Rücken zeichneten sich schon dicke Schweißflecken ab und auch aus seinen Stirnporen perlten dicke Tropfen. Er war müde und durstig, doch der Gedanke an den faden lauwarmen Espresso aus dem Automaten am Ende des Flurs ließ seine Eingeweide vor Brechreiz beben, die sich nach einer kalten Cola oder einem Eiskaffee verzierten. Sein vor Müdigkeit kribbelndes Gehirn war nicht bei der Sache und begann immer mehr von den offenen Fenstern, die auf dem Bildschirm flackerten, abzuschweifen. Seine Gedanken hatten begonnen, um die außerberuflichen Pflichten zu kreisen, die ihm für heute von anderen und sich selbst auferlegt worden waren. Zuerst musste er das Auto aus der Werkstatt holen, die zum Glück rund um die Uhr geöffnet hatte. Dann musste er die Katze füttern und für seine Frau Wiederholungen von Mord ist ihr Hobby aufnehmen. Angela Lansbury hatte große Ähnlichkeit mit der Großmutter seiner Ehepartnerin, wie ihm neulich aufgefallen war und mit der sie den Kontakt, warum auch immer, so gut wie möglich zu vermeiden suchte. Die Leidenschaft, mit der seine Frau diese Krimiserie sah, konnte nur Teil eines Verdrängungsprozesses sein und musste irgendwie mit ihrer Babuschka-Phobie zusammenhängen, schoss es ihm durch den Kopf. Staub rieselte von den Blättern des Deckenventilators auf sein Haupt, während dieser nichts weiter tat, als die dicke Luft in Häppchen zu schneiden und die langsam tief traurigen Bewegungen, Assoziationen mit dem Pendel aus Postgeschichte, in ihm hervorriefen. Der Staub in einem geschlossenen Raum besteht zum größten Teil aus abgestorbenen menschlichen Zellen. Mit diesem Gedanken durchzuckte ihn erneut eine Welle des Ekels und der Übelkeit. Er beweinte sein Los, er weinte aus Selbstmitleid, er weinte wegen seinem Gewicht, er weinte noch mehr, als ihm der Schweißgeruch bewusst wurde, den er verströmte, und er weinte, ob der Tatsache, dass sich die Fenster nicht öffnen ließen. Sein Körper schien seine Verzweiflung zu teilen, denn er weinte mit ihm, dicke, salzig, klebrige Tränen. Und nun begann die Müdigkeit, auch noch die Oberhand zu gewinnen. Immer wieder öffnete er seine Lieder, ohne dass er sich daran erinnern konnte, sie geschlossen zu haben. Dann erwachte er manchmal zusammenzuckend, weil sein Kinn ihm auf die Brust gefallen war. Zugleich schlossen sich seine Augen wieder und sein Kinn sank. Er kam in einem leeren Büro zu sich und spürte noch die Aufregung eines Traumes, an den er sich nicht mehr erinnern konnte, außer dass düstere Landschaften darin vorkamen und ihn irgendetwas um deren Felsen gejagt hatte. Mühsam ignorierte er den Prozess des Schlafers, der sich nicht von ihm lösen wollte. Alle waren bereits gegangen, und niemand hatte ihn geweckt. Das ganze Gebäude war von einer Schwärze eingehüllt, in der sein flackernder Bildschirm eine Insel des Lichts geschaffen hatte, so wie die Bootslaterne von Charon auf dem schwarzen Wasser des Dücks einen einsamen Kreis zeichnen musste. Eilig suchte er seine Sachen zusammen und fürchtete kurz eingeschlossen, in dieser Dunkelheit zu sein. Dann kehrte zu seiner Erleichterung die letzten Reste seines Bewusstseins aus dem Schlaf zurück. Alle Mitarbeiter der Nachtschicht besaßen Schlüssel für das Gebäude, was seine Wenigkeit mit einbezog. Seine Erleichterung dauerte nur kurz an, denn die beklemmende Dunkelheit ließ nichts anderes zu, außer Adrenalin, geschwängerter Nervosität. Die schlug ihn eine kleine Panik um, als er vor den geschlossenen Türen eines bereits außer Betrieb gesetzten Aufzugs stand. Es kostete ihn Überwindung, doch er schleppte seinen beleidten Körper zum Treppenhaus. Der Anblick der Stufen ließ ihn innerlich schnaufen. Plötzlich hörte er Schritte dicht hinter sich. Er hielt den Atem an. Nichts. Kein Geräusch. Dann kam ihm plötzlich ein unangenehmer Gedanke. Vielleicht hat jemand oder etwas geraten, dass du die Luft anhältst und ebenfalls seine Atmung pausiert. Dann machte sich der Sauerstoffmangel durch ein lautes Ächzen seiner Lungen bemerkbar. Er drehte sich nicht um. Er hatte keine Angst, dass er wie Loths Frau, die auf Sodom und Gomorra zurückblickte, zur Salzsäule erstarren würde. Er hatte Angst vor seiner Angst oder vielmehr davor, welches Gesicht sie der Dunkelheit geben würde. Er bewältigte die Stufen, so schnell ihm seine Anatomie das erlaubte und kommentierte alle Geräusche hinter sich so oft mit dem Satz »Nur ein Echo meiner Schritte«, dass dieser schon fast Floskel war, als er endlich aus dem Gebäude trat. Die Schritte waren verstummt, als er zur Werkstatt gelaufen war. Erst als er im Auto saß, war dieses Gefühl zurückgekehrt, das ihn die Anwesenheit eines dunklen Begleiters spüren ließ. Schließlich drehte er sich doch um. Immer wieder. Doch da war keine Gestalt auf der Rückbank. Aber er spürte sie, sobald er ihr den Rücken zuwandte. Und was war mit seinem Wagen los? Er war ganz anders als sonst, abgesehen von der Tatsache, dass er repariert worden war und die Schaltung jetzt leichter ging. Er sah noch genauso aus wie zuvor. Es roch auch noch genauso wie zuvor nach einem Duftbaum mit Kirscharoma, das nicht nach Kirsche riecht, sondern nach Duftbaum-Kirscharoma. Es war sein Wagen und gleichzeitig auch nicht. Oder lag es an ihm? Lag es an der Nachtschicht? Er hasste diese Abende, die sich in letzter Zeit immer länger hinzogen. Gleichzeitig fürchtete er den Atem der Gestalt auf dem Rücksitz in seinem Nacken. Dann wieder ein Gedanke. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Aber ihm gefiel weder das eine noch das andere. Er musste lachen, als ihm die Lösung kam. Sein ganzes Leben war auf dem Fundament der unbewussten Wahrheit aufgebaut, dass er es einfach liebte, unzufrieden zu sein. Er nahm kaum wahr, dass sein Fuß den Druck auf das Gaspedal erhöhte, sondern dachte daran, die Katze zu füttern. Die Wiederholungen von Mord ist ihr Hobby aufzunehmen. Kurzum, er ging darin auf, Faktotum, Mädchen für alles, zu sein. Während er vor jeder Katharsis flüchtend durch die Nacht schoss und die Motten beobachtete, die im Fernlicht tanzten, flüsterte er »Nur ein Echo meiner Schritte« und erhöhte weiter die Geschwindigkeit. Das war Nachtschicht, ein Hörbuch geschrieben von Kerem Malé, gelesen von David K. Soler.